Die Schweizer Super Constellation, lange bekannt als Breitling Super Constellation, war in den letzten Monaten immer mal wieder ein Thema auf diesem Kanal. Hier immer dann, wenn es halt neue Infos zu diesem Ding gab. Und genau so ist es auch heute wieder. Wir sprechen mal wieder ein bisschen über dieses mittlerweile nicht mehr für Passagiere zugängliche Flugzeug. Denn obwohl man ja so lange versucht hatte, das zu verhindern, wird die Maschine jetzt wohl die Schweiz verlassen. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und kurzen Video am Sonntag. Die meisten von euch können sich bestimmt noch ganz gut an das Thema erinnern. Die Schweizer Super Constellation, der Super Constellation Flyers Association. Das Flugzeug machte in letzter Zeit eher mit schlechten Nachrichten auf sich aufmerksam. Die Maschine stand für aufwendige Kontrollen und aufwendige Reparaturen die letzten drei Jahre am Boden, führte keine Rundflüge mehr durch, war nicht mehr auf Flugshows zu Gast, war nicht mehr für Passagiere zugänglich. Genau solche Dinge waren mit dem 1955 gebauten Flugzeug und mit der letzten Super Constellation, die überhaupt noch irgendwo auf der Welt für Passagiere zugänglich war. Genau das war ja aber eigentlich für 2019, also für dieses Jahr, für diese Maschine geplant. Daraus wurde allerdings nichts, da das Schweizer Bundesamt für Ziviluftfahrt strenge Nachweise verlangte, die heute strenger sind als noch vor ein paar Jahren, aufgrund des Absturzes der Ju 52 im letzten Jahr und die natürlich auch strenger sind für eine Super Constellation, die mit Passagieren nochmal in die Luft gehen soll, als für eine Super Constellation, die einfach so aus Spaß ihre Runden drehen soll. Und diese entsprechenden Nachweise, die ließen sich für das Flugzeug eben leider nicht rechtzeitig liefern, sodass der Verein die Maschine am Boden lassen musste, denn das Flugzeug benötigt jetzt nochmals aufwendigere Reparaturen, die nochmals eine verlängerte Zeit am Boden verlangen. Die Super Constellation Flyers Association, also der entsprechende Verein, der hinter diesem Flugzeug steht, der finanzierte das Ding oder den Betrieb des Flugzeuges über viele Jahre jetzt hauptsächlich durch Sponsorengelder des Hauptsponsors Breitling. Daher auch der Name Breitling Super Constellation. Das Unternehmen hat sich dann aber im letzten Jahr, also 2018, als Hauptsponsor aus der ganzen Nummer zurückgezogen, sodass jetzt das ganze Geld für den Betrieb des Flugzeuges, für den Betrieb der Super Constellation fast ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden und aus Geldern durch verkaufte Flugtickets reinkommen muss. Die benötigten 20 Millionen Schweizer Franken für die höchst aufwendige Instandsetzung und teilweise Erneuerung der Tragflächen der Super Constellation sowie die daran gebundene weitere Standzeit von höchstwahrscheinlich vier Jahren, das war dann doch etwas zu gewaltig für den Verein. Am zuvor festgelegten Stichtag, am 20. April 2019, war dann klar, dass man das Geld nicht zusammenbekommen wird und dass das Flugzeug jetzt erst einmal durch diesen Verein nicht wieder in die Luft gebracht werden kann und somit erst einmal am Flughafen Zürich stehen bleiben wird und der Verein, der geht traurigerweise in die Auflösung. Heute wurde dann bekannt gegeben, was jetzt mit der Schweizer Super Constellation passieren wird beziehungsweise es wurde angedeutet, was man jetzt mit diesem Flugzeug in Zukunft machen wird. Und zwar wird das Flugzeug die Schweiz verlassen und kommt nach Deutschland. Das ist ja wie gesagt eigentlich genau das, was man immer verhindern wollte. Man wollte ja eine in Anführungszeichen, so steht es auch in der Veröffentlichung, eine Schweizer Lösung finden. Die Maschine verlässt die Schweiz allerdings nicht aus eigener Kraft. Das Flugzeug wird jetzt auseinandergebaut, demontiert und dann Stück für Stück nach Deutschland gebracht. Das Flugzeug ging jetzt nämlich über, rückwirkend zum 1. Juni 2019, an eine deutsche Investorengruppe. Die ehemals letzte Super Constellation für Passagiere kommt jetzt also nach Deutschland, genauer gesagt nach Bremen Garten. Dort befindet sich ein Flugplatz, ein ehemaliger Militärflugplatz mit einer heute 1650 Meter langen und 45 Meter breiten Piste. Die nicht näher beschriebene Investorengruppe, die zu diesem besagten 1. Juli jetzt alle mit der Super Constellation zusammenhängenden Kosten, aber auch dafür alle Ersatzteile und so weiter, alles was mit diesem Flugzeug zu tun hat, übernommen hat, die hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Maschine in den nächsten drei Jahren zu sanieren, wieder fit zu machen und dann auch wieder in die Luft zu kriegen. Ob dieses spezielle Flugzeug dann auch tatsächlich wieder für Passagiere zugänglich gemacht wird, eventuell jetzt neu in Deutschland registriert wird, oder ob das Ganze irgendwas mit der Meier Motors GmbH zu tun hat, einem sehr fähigen Unternehmen, dort vor Ort am Flugplatz, das sich mit der Instandhaltung von historischen Flugzeugen wirklich gut auskennt, das wissen wir leider alles nicht genau. Aber es ist natürlich doch irgendwo naheliegend. Dabei soll jetzt eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen dem zukünftigen Betreiber und den ehemaligen Vereinsmitgliedern entstehen, unter denen sich natürlich kompetente Ingenieure und Techniker finden lassen, Mechaniker finden lassen, die sich mit diesem Flugzeug richtig gut auskennen und die damit mit ihrem Know-how dafür sorgen können, dass das Flugzeug schnell und sicher wieder in die Luft kommt. Der Verein Super Constellation Flyers Association, der wird jetzt allerdings trotzdem aufgelöst, aufgelöst, glücklicherweise nun aber schuldenfrei, was die ganze Sache natürlich enorm vereinfacht. Ja, und dann kann man unterm Strich eigentlich nur noch sagen, dass die Super Constellation jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell von der Bildfläche verschwinden wird, dann eine ganze Weile unter dem Radar bleiben wird, dann aber hoffentlich in drei, vier Jahren irgendwann wieder in neuem Glanz erstrahlen wird und dann auch hoffentlich wieder vernünftig fliegen kann. Wäre schon schön, wenn das alles vernünftig klappt und nicht irgendwo mittendrin stecken bleibt aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln, wie es jetzt ja wahrscheinlich bei dem Superstar-Projekt der Lufthansa der Fall ist. Also, hoffen wir mal, dass das alles gut geht, hoffen wir mal, dass das gute Nachrichten für die Super Constellation sind und dann soll es das damit für heute auch schon gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Sonntag, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.